Ich finde es einfach schön, Leuten eine neue Wohnung, ein neues Haus zu vermitteln, wo sie sich verwirklichen können und ich kann Tipps geben, wie sie planen können. Dieses ganze Paket gehört bei mir dazu. Unser ganz großer Traum ist für später ein eigenes Wohnmobil und Europa durchqueren, sodass man an Orten stehen bleiben kann, ganz einfach, wo man möchte. Mit dem Wohnmobil durch Kanada ist ein Traum. Wir haben eine große Fernlust. Die Naturverbundenheit ist einfach da. Sie gehen aus meinem Haus raus und ich bin direkt in der freien Natur. Wir gehen wandern, ich gehe laufen im Wald. Wir könnten ohne die ganze Natur eigentlich gar nicht leben. Wir sind keine Stadtkinder. Mein Name ist Jacqueline Schneider und ich bin Immobilienmaklerin. Ich bin ich bei meiner Frau, wenn ich die Stadtkinder habe. Und ich bin ichen von einem kleinen Raum. Ich bin ich im Baus, mein Herr. Ich bin ich von ihm dabei.